Guten, wir sind hier wieder in The Legend of Zelda. Ähm, zumindest. Genau. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache... Ähm, also erstmal, ihr bemerkt jetzt, sind die Parts nur für 15 Minuten lang, ne? Ähm, wo war ich stehen geblieben eigentlich? Ich... Ich glaub, ich weiß, was ich gekriegt hab, oder? 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 Mach auf! Ja, ich hab das Königspragment. Ähm... Genau, äh, man bekommt nämlich fast alle an den Schriftrollen, aber mindestens die Hälfte bei dem Deppen hier. Denn man kann hier... Na nun, dieses Schwert, du bist auch, äh, geschickter geworden. Ja, jetzt können wir die neue Technik trainieren. Das kann man übrigens nach dem weißen Schwert erhalten. Also, eigentlich schon lange. Ja, bist du willig zu trainieren? Natürlich. Ich werde dir die Technik des Steinsplitters erlernen. Ganz easy. Ich kann jetzt, äh, naja, Krüge zerschlagen. Cool, ne? Ja, versuch es selber. Hör, Bromarchia! Piu! Oh yeah, du hast die Technik talent, du bist so pro! Und kann ich direkt weitermachen? Na, nur diese Stiefel, du bist noch geschickter geworden. Ach, ja. Sag bloß. Ja, der Ausfall, was auch immer. Egal. Laufstiefel und Schwert ausrüsten und dann macht man automatisch beim Rennen damit das. Boah, nun versuch es selber. Hör. 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 ja und das hat jetzt sehr kurz kann man nachher noch viel besser fahren aber jetzt ist es schon aktiviert jetzt ist es aus solange ich von jedem mindestens ein habe habe ich auch perfekt na dann können wir ja weiter ab können wir weiter rumlaufen ich glaube die abkürzung wird sich nicht wirklich lohnen ich bräuchte echten timer nämlich kein plan wann ich angefangen habe ich habe auch keine lust nachzugucken deswegen kann sein dass die folge doch noch etwas länger wird umgerannt genau hier geht es hin würde man auch nach einer weile rausfinden von selber so wenn man einfach nur logisch guckt das einzige feld wo ich mir noch nicht war hix nein das ist dann so ein komisches ding okay hier geht auch nicht lang braucht doch schon nach fake steine kann ich übrigens auch verschlagen nein er klaut mir rubine naja und rein da ach blauer schleim irgendwo vielleicht noch so eine wand hier an so einem ganz äußeren sind übrigens nicht es gibt übrigens noch ein paar versteckte schwertkampf technik typen die einen zum beispiel diese aufladung viel schneller viel schneller aufladen lassen ich weiß nicht mehr wo man die bekommt oder so ich glaube ich bin hier vielleicht doch irgendwie falsch ja ich muss irgendwas nochmal machen ich weiß nur nicht mehr was warte da oben geht es lang da muss ich wahrscheinlich rum oh es hat weh getan oh mein gott ich habe schmerzen hopp hopp miau ah warte mal aha fehl ähm ok und dieser baum sieht doch auch sehr sehr komisch aus und so dann kann ich da hoch ich hab mir überhaupt schon was noch nicht wahrscheinlich ich guck mal erst mal was nach ach egal selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt muss mach ich es trotzdem fragmente vereinigen ich komme ich habe davon nur eins aber ok ich riskiere es da werde ich sowieso erstmal nicht hinkommen aber damit wir diese folge noch mit etwas sinnvollem füllen ach die kann ich leider nicht kaputt schlagen ich hasse die sau die um buchs ich glaube ich weiß wo einer der schwertypen war ah da oh was für ein riesiger wasserfall ein wahrhaft überwältigender anblick ja genau jetzt kann ich erstmal hier oben schwimmen ich will auch einen herzteil holen jay pilg geben zusammen einen herzcontainer sammeln eine menge und kann man hier rein nö kann man hier oben sonst noch was machen naja auf jeden fall oh mein gott tor zur quelle und ich brauche ein königliches fragment hurra und was wird wohl passieren ich kann es euch verraten die tür wird nicht aufgehen seht ihr geht nicht auf die schiebt sich auf ha 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 gustav ach die kacke die ich nicht mehr weiß na 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 nachher genau die platten fallen weg nach einer zeit ha Genau, die Viecher gehen ein tierisch auf die Eier. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sie genau besiegt, aber ich glaube es... Ich glaube, man brauchte den magischen Boomerang, oder? Ja, mit dem Boomerang ging es. Yeah, 50 mysteriöse Muscheln. Lampe. Geist. Puh. Dafür brauch ich nur drei Leute, das dürfte hinhauen. Ist wahrscheinlich auch noch der richtige Weg, also muss dann auf jeden Fall hinhauen. Achso, ja, nach unten verschieben, schon klar. Da oben ist doch bestimmt auch... Was, nur da komme ich noch nicht hin. Ah doch, kommt man, man kann ja leicht durch die Wände gehen, außer da. Probieren wir einfach nochmal. Mensch, geht nicht, egal. Oh mein Gott, Hunder möchte die Röse nur schauen. Kann sein, wo ich jetzt runterspringen muss? Nö. Okay. Kann man hier wahrscheinlich irgendwo wieder rumschieben? Und das erklärt den Weg. Aha. Aha, und das erklärt den Weg. So, Geist, dich ignorieren wir mal diesmal gekonnt, falls du da bist. Ah, hallo mein Freund. Tschüss. Mein Freund. Ja, ich kann euch jetzt mit einem Schlag das Ding runterhauen, ne? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Hm, hm, hm. Ich glaube, ich zeige euch nachher irgendwann nochmal, wie man hier an jedes einzelne Item kommt. Oh, schon wieder ein Winddingens. Das war nicht an alle Herzteile, aber an den ganzen anderen Scheiß. Weil für alle Herzteile muss man alle Fragmente feiern, das kann echt ewig dauern, wirklich. Hm, hm, hm. Fuh. Na, egal. Erstmal gucken, was hier ist. Ah, ne Truhe. Oh, die Muscheln, ey. Ich brauch die Muscheln, ey. Ich brauch's aber für ein Herzteil, aber nein. Weil allein das Herzteil dauert ein paar Stunden. Das ist so neun. Hey, war richtig. Seelackwelle. Moin. Oh, oh. Jo, bleib mal da liegen. Und? Was ist das? Ein großer Wirbelwind. Moment, hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? Reingehen. Über den Wolken. Ich, ich liebe noch. German One, du hast, äh, Wagemut auch. Ach, du. German One. Du, Wagemut hat auch seine Grenzen. Stürze, äh, stürze ich in einfachen Wellen. Wirbelwind, bla bla bla. Ach, du wirst vom Ende fallen. Ja, hier. Ja, hier. Ach. Bing. Goldener Hippie. Der nochmal, ich glaub, 100 Rubine bringt. Ja, passiert etwas Gutes? Nee, eigentlich nicht. Oh, brauche ich noch ein goldenes Fragment. Wundersame Wolke. Was machen wir? Was machen wir? Nun, Anu. Aha, aha. Okay, ich muss das Ding holen, damit wir nach Hause können. Die andere Seite des Fragments. Wusselig. Jetzt darf ich mich durch Wolken schlagen. Höh, höh. Da haben wir schon mal ein Fragment. Echt mehr Gewitz hier sonst nicht? Nur dann wieder runter. Ach, du Scheiß. Wind, Hai, Viecher. Greif mich auch noch an, ey. Na, ich aktiviere es einfach erstmal und gucke, was passiert. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Wahrscheinlich ist es nicht... Doch ist es das Richtige. Ah, nee, ist es nicht. Höh, höh. Wäre ja zu einfach. Wääh. Hopp. Lulululu. Lululu. Und gebe ich hier unten was. Jo. Den habe ich. Ja, den habe ich. Ja. Ah, genau. Jetzt weiß ich, wie das ging. Oh, und ich sehe gerade, ich überziehe. Mal wieder. Ja, deswegen, ciao Leute, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.